Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, zu einer weiteren Lichtlesung aus dem Lichtweltverlag, aus der 127. Lichtlesung Gottes Plan steht fest, die aufgestiegenen Meister, empfangen durch Jan Johannes Kassel. Hey, ich freue mich, mit dir jetzt hier dieser Lichtlesung zu lauschen. Gottes Plan steht fest. Dystopien können nicht mehr realisiert werden, geliebte Menschen. Ihr seid in Gottes Hand. Seid euch dieser unvergänglichen und ewigen Wahrheit immer bewusst. Ihr seid in den Händen Gottes. Auf diese Weise werdet ihr diese Zeit sicher und mit Zuversicht meistern, denn Gott ist an eurer Seite und mitten in eurem Leben. Verschwendet keine Gedanken auf Tod oder Leben, denn euer Leben ist ewig. Verfällt nicht in trübe Tagträume oder in eine dunkle Stimmung, denn unverletzlich ist eure ewige Seele. Habt keine Angst vor der Zukunft, denn euer Wirken in der Gegenwart führt zu dem erwünschten Ergebnis. Dystopien können nicht mehr realisiert werden. Die Dystopien können auf dieser Erde nicht mehr realisiert werden. Der Traum der dunklen Mächte, das Leben auf Erden für die Menschen in einen Albtraum zu verwandeln, lässt sich nicht mehr durchsetzen. Die Wirklichkeit von einer entseelten, durch künstliche Intelligenz optimierten Menschheit ist für die von euch gewählte Zeitlinie ausgeschlossen. Auch wenn diese Szenarien derzeit bedrohlich in eurem Alltag hineinragen, Gottes Plan für die Erde steht fest. Heute stehen die Zeichen auf einen lichtvollen Wandel und der Sturm, der dem unlichten Treiben ein Ende bereitet, ist bereits entfesselt. Was auf den Ebenen der vierten und fünften Dimension bereits entschieden ist, entscheidet sich in diesen Tagen auf der Ebene der dritten Dimensionsdichte der Schöpfung. Hier auf der Erde werden jetzt die Kämpfe ausgefochten, die auf höheren Ebenen bereits entschieden sind. Denn lange bevor dieser letzte Kampf hier auf Erden entfesselt wurde, wurden die Weichen für eine positive Entwicklung in den feinstofflicheren Dimensionen von 4D und 5D gestellt. Jetzt werden die Pfeiler der neuen Erde eingeschlagen und es geschieht auf abgemilderte Weise auf eine Art, die einen Weltkrieg oder sogar den Untergang dieser Zivilisation ausspart. Verwerfungen geschehen, Kataklysmen jedoch, die alles wegschwimmen und verschlingen, sind nicht mehr Teil der Transformation im Weltgeschehen. Diese Zeit ist um, denn sehr viele Menschen haben ihre Lektionen gelernt und sie haben begriffen, dass sie sich heute in anderer Weise zu erheben, zu wehren und von den bösartigen Umtrieben zu distanzieren haben. Das Warten auf den Wegruf. Hass mit Hass oder auf Gewalt mit Gewalt antworten, das ist heute keine Antwort mehr. Und so haben sich die Menschen innerlich vom System abgemeldet. Sie sind innerlich nicht mehr dabei. Viele, obwohl sie sich äußerlich kaum etwas anmerken, lassen und ihre Rolle im System unauffällig weiterspielen. Viele Diese Menschen warten auf den globalen Wegruf, warten darauf, dass die kritische Masse an Menschen erreicht ist. Und diese kritische Masse bildet sich durch die Bewusstseinsprozesse, die Gott im Inneren der Menschen auslöst. Tag für Tag heran. Deshalb werdet ihr immer mehr, denn im Stillen geschieht diese unverzichtbare Basisarbeit und Vorbereitung auf den lauten Knall. Sobald die kritische Masse erreicht ist, werdet ihr euch in einer bisher unvorstellbaren Weise erheben und euer kollektives menschliches Nein zu allen Plänen der selbstvergessenen Eliten aussprechen. Dem alten System werden die Sklaven abhanden kommen, denn eure Verweigerung ist umfassend, wird deutlich kommuniziert werden und mit Taten untermauert sein. Am Ende werden sich jene Kräfte, die eine nichtmenschliche Zukunft für euch ersonnen haben, selbst verzehren. Uneinigkeit, Zwietracht und Eifersucht sind die ersten und sichtbaren Anzeichen dafür. Dieser Tag der Selbstermächtigung der Menschheit ist nicht mehr fern. Deshalb ist eure Zukunft gewiss und sie ist eine lichtvolle. Die Erde wird sich aus der Untermantelung destruktiver Kräfte herausschälen und die Menschen werden sich auf dieser Matrix befreien. Was bis dahin noch geschehen muss, wird geschehen. Denn auch wenn der Übergang in der Obhut Gottes geschieht, so sind bestimmte Ereignisse notwendig, damit das Alte verabschiedet und das Neue geboren werden kann. Ihr aber seid behütet, beschützt und durch diese Zeit geführt von Gott und von eurer allwissenden Seele. Bewahrt die Verbindung mit euch selbst und bleibt in enger Umarmung mit Gott. Das Ende wird der neue Anfang sein. In vollkommender Liebe die aufgestiegenen Meister. Ich danke und wünsche dir und euch Segen, Licht und Gottes Umarmung.